Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu Pitfall, die verlorene Expedition. Das Spiel mit der dümmsten Speicherfunktion, die ich kenne, weswegen ich das hier alles gerade nochmal machen musste. Ich hab's ja schon mal erklärt, wie die Speicherfunktion ungefähr funktioniert. Von wegen, wenn ich jetzt das neue Gebiet betrete, dann... Moment, warten wir auf den Ladebildschirm. Dann ist das hier jetzt der Speicherpunkt. Das heißt, alles, was ich jetzt in diesem Gebiet mache, wird nicht gespeichert, wenn ich in diesem Gebiet speichere. Es wird erst gespeichert, wenn ich das Gebiet verlasse. Und dann speichere. Oh, das ist wirklich eine Schlittenfahrt. Oh, wie cool. Da erinnere ich mich zum Beispiel auch gar nicht mehr dran. Ich schätze mal, wir dürfen hier nirgends ranstoßen. Ach, der ist doch kein Eigengeborener. Was macht der hier auf der Piste? Hast du nicht das Schild gesehen? Nur Schlittenfahrer... Aua. Nur Schlittenfahrer erlaubt... Wusch. Alter! Hey, wie hätte ich dem bitte ausweichen sollen? Oh Gott, wir werden sterben, gell? Oder? Ich glaube, wir werden... Ah! Halt! Und er war nie wieder gesehen. Natürlich werden wir sterben. Äh, ich werde mich mal ganz kurz etwas auffrischen. Und ein Versuch Nummero dos! Hui! Und muss... Ähm... Harry, was... Zum Geier war das für ein Sprung? Ah, Moment! Ich kann auch abbremsen, beziehungsweise schneller rudern. Bin ich gerade eben durch die Säule durchgeglitscht? Naja, ich, äh... Nehme es mal so hin. Ich habe ja keinen Schaden davon getragen. Beziehungsweise, ja... Doch. Hui, Alter! Hey, wie soll ich da ohne Schaden zu kriegen? Durch? Ich begreif's nicht. Oh Gott! Ah, wie soll das funktionieren? Ich hab... Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Darf ich bitte, äh... Warum hab ich jetzt kein... Warum kann ich jetzt die Flasche nicht auswählen? Okay. Das ist seltsam. Heh. Well. Ich wüsste echt gern, wie wir an diesem komischen Tor da vorbeikommen. Sollen, gell? Der liegt hier immer noch rum. Geh mal aus dem Weg. Aua! Ob ich da drüber komm, wenn ich genug Schwung... Nein, Quatsch. Nie im Leben. Ist da irgendwie... ...nen Öffnungsmechanismus? Ach, aber... Nein! Hä? Ich drück ihn nach rechts, aber es funktioniert nicht. Ah, äh... Gott, war das knapp, weil der nach rechts Knopf nicht funktioniert hat. Oh Gott, jetzt hab ich nur noch ein Leben, gell? Oh, da wär ne Abkürzung gewesen oder so. Mist, die hab ich jetzt verpasst. Wär bestimmt irgendwie ein Idol oder so gewesen. Oh, hab ich's geschafft? Nein! Ah, okay. Ich glaube, das war aber Absicht. Ich glaube, da sollten wir es nicht ganz rüber schaffen. Oh Gott, meine Nerven, wo sind wir denn jetzt zum Apu-Illapu-Schrein. Ich brauch erst mal... Ich brauch erst mal... Ah, Moment. Hier ist auch ein Schalter drin, den ich natürlich gesehen hab. Komm, füllen wir noch schnell unsere Flasche restlich auf. Oh Gott, das war jetzt schon wieder zu viel für meine Nerven, die Schlittenfahrt. Ich hätt echt gern die... Beziehungsweise, ich guck mal auf die Karte, ob das eine Abkürzung ist oder ob es hier noch einen anderen Weg gibt. Nee, Mountain Sled Run hat nur einen Weg. Das heißt, da gibt's wahrscheinlich wirklich irgendwie... ...'n Götzen oder so. Naja, schauen wir erst mal, was hier im Schrein auf uns wartet. Wahrscheinlich wieder irgendeine Tierverwandlung. Nee. Silvesterböller. Auch im Urwald wird Neujahr gefeiert. Ähm. Auf etwas rabiatere Art und Weise, aber es wird Neujahr gefeiert. Oh. Durch dieses Wirbeln, äh, zeigen wir den Eingeborenen übrigens, dass wir dazugehören. Wir zeigen ihnen dadurch unsere Mitgliedschaft. Ah, guck mal, krieg ich den irgendwie... Das sieht aus, als wäre das irgendwie zerstörbar. Muss ich hier vielleicht erst mal die Gegner besiegen? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber ich probier's mal. Nein! Ah! Dizzy! Also da oben steht auf jeden Fall einer und böllert schön mit seinem Dynamit durch die Gegend. Der hat auch Spaß, würde ich sagen. Aber ich komm da ja auch... Nee, da gibt es kein Hochkommen. Ich hab auch nix, womit man das, nein, irgendwie kaputt machen könnte. Ich kann mir nur vorstellen, dass wir die Gegner hier ein bisschen, äh, aus dem Takt bringen. Beyblade, Beyblade, let it rip. Oh Gott, da kommt ja immer mehr. Ich glaub, wir sollen die Gegner doch nicht aus dem Rhythmus bringen. Ich glaub, die respawnen. Von hier aus erwisch ich den nicht. Das ist jetzt natürlich blöd. Erwisch ich den von hier? Theoretisch ja. Wenn ich zielen könnte. Okay, von hier unten erwisch ich den auch. Das ist gut. Ach, der nimmt keinen Schaden. Nee, den können wir nicht treffen. Witzig. Ja, fire in the hole. Also hier ist offensichtlich noch ein Weg, aber den werden wir freisprengen müssen mit Dynamit. Vielleicht doch ein gemeinschaftliches Gruppenwirbeln hier mit den netten Gegnern. Wir werden ja sehen, wenn gleich noch ein Haufen von denen respawnt, dann wissen wir, ist das nicht das, was wir machen müssen. Vermutlich wird es das auch tun. Nein! Das war tatsächlich unsere Aufgabe. Das war tatsächlich unsere Aufgabe. Das war tatsächlich unsere Aufgabe. Ich habe herausgefunden, dass El Dorado gebaut wurde, dass El Dorado auf den Räumen einer alten Stadt gebaut wurde. Aber eine, die nur genau identisch zu El Dorado selbst ist. Die Kolobuska war faszinierend. Sie waren zusammen? Sie versucht, diesen pooren Nativen aus der St. Clair's Yoke zu retten. Sie ist eine wirkliche Gutein, diese Frau. Wenn du siehst, sagst ihr, ich sage Hi. Aha, also wir haben jetzt das Dynamit, was eine sehr gute Sache ist. Richtig, wir können jetzt schön bumm bumm machen. Mit dem Dynamit. Außerdem haben wir erfahren, dass El Dorado... Moment. Was macht der da? Ich weiß nicht, ob du das machen solltest, Charaktermodel. Aber anscheinend... Keine Ahnung. Außerdem haben wir erfahren, dass El Dorado... Auf dem Moment... Ich dachte, das ist ein Tauchweg. Das war ein Geysir. Auf den Ruinen einer anderen Stadt aufgebaut ist. Die genauso aussah wie El Dorado. Was auch immer El Dorado mit der ganzen Sache hier zu tun hat. Außerdem ist da drüben noch... Ein... Idol. Und hier haben wir einen Schamanen. Hi! Na du? Können wir bei dir was einkaufen? Sicherlich können wir bei dir was einkaufen. Wir haben bestimmt richtig viele angesammelt. Elf Stück, ja. Äh, Canteen Max, Extra Health, Jungle Notes, Mountain Notes. Ich schätze, da wir jetzt wieder in den Urwald gehen, nehme ich mal... Jungle Notes mit. Also Hinweise... Also Hinweise... Für... Das Herz des Dschungels. Dann bomben wir mal ganz kurz. Aua! Den Weg hier frei, wollte ich sagen. Hallo, ich möchte hier nur ein bisschen rumsprengen. Äh... Äh... Bum. Ciao. So, wo bringst du uns hin? Flop. Oder bringt es uns jetzt quasi wieder... Das kann ich mir... Nein, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es uns wieder zurückbringt. Sonst wäre das nicht so demonstrativ da... Doch, es bringt uns hier hin zurück. Okay. Ähm... Ich bin jetzt gerade etwas... ...überfragt, was jetzt der beste Weg zurück ist. Das ist hier... Ne, hier wollen wir nicht sein. Hier rennen wir ganz schnell durch. Ich guck mal gleich auf die Karte, wo wir noch überall Dynamit einsetzen können. Und dann gehen wir strategisch... Äh... ...jeden sprengbaren Ort durch. Hier im Valley of the Spirit können wir auf jeden Fall irgendwo was sprengen. Da erinnere ich mich zum Beispiel gar nicht mehr dran. Aber wenn es... Wenn etwas sprengbar ist, dann bin ich dabei. Ah, doch, ich erinnere mich. Aber zuerst muss ich mich um dich hier kümmern. Ciao. Ist eigentlich voll gemein. Das sind ja auch nur Mütter, die auf ihre Eier aufpassen. Aber... Wer mich angreift, der muss mit den Konsequenzen leben. Wie du mir, so ich dir, ne? So, das war ja auch nur... Ekeko-Eishöhle. Okay, euch kann ich runtersprengen. Das habe ich gesehen. Ah, nein, nein, nein. Oh Gott. Meine Nerven. Ich finde es geil, wie da so Fische drin eingefroren sind. Harry? Bitte nein. Das ist nicht gut für meine Nerven. Ist hier irgendwas? Oder warum geht es hier rein? Anscheinend ja nicht. Nein! Oder so als Safe-Zwischenstopp. Vielleicht. Da rechts sehe ich auf jeden Fall einen Götzen. Ich hätte gern auch so viel Vertrauen in mein eigenes Gleichgewicht, um auf so einer Eisplattform mit härteren Silvesterböllern, um die Gegend zu böllern. Das sind mindestens Zielböller. Aber da drüben ist noch einer, gell? Ich sehe das schon. Spiel, du brauchst es gar nicht so zu verstecken. Ich finde deine Secrets sowieso. Was? Das war, ähm... Absicht. Mir fällt kein Grund ein, warum man sowas aus Absicht tun sollte. Aber es war Absicht. So, wunderbar. Nächster. Mensch, das geht doch hier aber wie am Schnürchen. So, hier war ich noch nicht. Schauen wir mal. Ah, nein. Oh Gott. Also, die Eisphysik macht mich gerade etwas fertig. Habe ich gerade... Oh, zwei auf einmal. Ich bin Sprengstoff sparend. Wo führst du uns hin? Hier scheint noch ein Forscher irgendwo. Ähm... Kann es sein, dass du ein bisschen frierst? Bin mir da nicht so sicher, aber du siehst aus, als wärst du da ein bisschen festgefroren. Sehr gut. Aber wir haben hier noch... Da haben wir auf jeden Fall noch einen. Huch. Kamera? Danke, Kamera. So. Oh, ich räume mich ganz schnell aus dem Weg. Ihr seid ja überhaupt kein Problem mehr für mich. Seit ich weiß, wie wir mit euch um... Alter! Wie viele Götzen sind hier denn? Ähm... Also, Idols. Also sie, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Da kommt man so schnell durcheinander. Bei den vielen Spielen. Oh, jetzt muss ich gerade echt aufpassen. Moment. Da bin ich etwas lower gedroppt, als ich wollte. Äh, noch einer! Wussten die nicht, wo sie die restlichen verstecken sollen? Und haben die dann alle hier... Hier ist sogar ein Schamane. Das heißt, wir können das... Was wir hier finden, gleich wieder ausgeben. Upsa, den wollte ich noch gar nicht aufwecken. Äh, hä! Ach, 13 haben wir schon wieder. Und wir haben gerade 9 ausgegeben. Ähm... Was ist die Frage? Ich glaube, ich gehe mal auf extra leben. Ich glaube, das wird noch nützlich. Und hier dürften wir auch alles haben. Das heißt, wir machen wieder... Ah, jetzt kommen wir hier raus am Anfang, wo ich nicht wusste, wo es lang geht. Freund, ich würde sagen, hier in der Höhle, da gibt es garantiert noch was da hinten, schauen wir uns in der nächsten Folge weiter um. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben, da würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu überpassen, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao! Bis dahin und ciao!